So, moin, hallo und herzlich willkommen. Matze wieder am Start. Heute mal wieder... ...seit lange mal wieder ins Gäv-Bahn. Ähm... Oh, er hat etwas Kohle dabei. Balasche. Schade eigentlich. Hm. Schade eigentlich. Schade. 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 Sind die nicht ganz dicht oder was? Schade. 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 Hey. Ich dachte, das war ein Schafs, Alter. Willst du mich verarschen? Oh, nur gut, dass ich die Pantagen aufgehoben habe. Waren das keine Scaps? Ey, die wollen mich doch jetzt verkackeiern. Wieso greifen mich hier Scaps an, Alter? Seid ihr nicht ganz dicht? Alter, ich verstehe es nicht. Was soll diese Scheiße? Ich bin ein Scaps, guckt mich an, Alter. Hä? Das verstehe ich nicht. Die waren ja jetzt hier richtig total aggro auf mich, diese Arschlöcher. Was habe ich denn getan? Ich bin gerade völlig aus der Spur irgendwie. Völlig neben der Spur. Verstehe es nicht. Ey, aber bloß, wie soll ich jetzt hier über die Map kommen? Die schießen halt auf mich, Alter. Und ich dachte eigentlich immer, nur diejenigen schießen auf dich, die es gesehen haben. Aber es scheint ja gleich die Runde zu machen. Ey, das... Nee, ich wäre gar nicht fertig drüber. Freust du dich, Scafran? Brauchst du nur auf die gegnerischen PMCs zu achten. Scaf sind deine Kumpels. Dann kommen die Präluden hier angeschissen. Und ballern die Blöde auf mich, Alter. Was war das? Ich kapiere es einfach nicht. Oh, was soll ich hier sein? Ankommen, die Blöde. Ey, was mache ich auch nun? Schieße ich auf Scaf, wenn ich sie sehe? Oder lasse ich es? Lass mir doch wieder in die Fresse schießen. Oh, rausgekommen. Sind die nicht ganz atter, sag mal? Was ist da los? Ich verstehe es immer noch. Ich wäre gar nicht fertig drüber. Moin, hallo und herzlich willkommen. Matze wieder am Start. Und wir müssen ins Ressort, um für Jäger die Quest Nostalgia zu machen. Und wir müssen dort ein Fotoalbum für den guten Herrn abholen. Möglichst ein Stück wieder rauskommen. Und es ihm übergeben. Bitte übergeben sie sich jetzt. Und wir müssen jetzt noch ein Fotoalbum für den Herrn abholen. Oh, Racken. Oh, Racken. Vielleicht doch nicht so übel. Ich weiß es nicht. Sagt mir erstmal nichts der Schlüssel. Oh, Racken. Das war's für heute. Das ist ein geiles Guts. 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 Okay. Wenn es da drin ist. Und das drin? Ist das alles, was du jetzt hier unten bei hast? Ah. Keine Granate. Blöder Hund. Da liegt der andere mit seinem dicken Arsch und da liegt noch einer. Sch viere. Schnellen der Böden. Es war die Brüder auch das Schmachsmann. Adolf kann dichsschefüßen. Stabilitärgültig. в Böden. Stabilitärgültig. Man packt die doch noch in die einzelnen Fächer. Der Trottel. Der Trottel. Der Trottel. Der Trottel. Jetzt müssen wir bloß noch rauskommen. So. Drei Bären erschossen. Da kommt mir wieder der Naturschutzbund auf den Hals. Drei Bären erschossen. Drei Bären erschossen. Drei Bären erschossen. Drei Bären erschossen. Drei Bären erschossen.